Rosenstern, das Haus der schönen Stoffe, von Ulrike Bliefert. Es liest Sabine Arnold. Teil 1 Sonntag, 28. Februar 1926 Warten Sie, Fräuleinchen, ich mach das schon. Der dicke Mann stand schwerfällig auf und half Elli, das Abteilfenster nach unten zu schieben. Dankeschön, ich mach auch gleich wieder zu. Keine Heile. Elli steckte den Kopf aus dem Fenster und so genüsslich den Geruch von Kohlenstaub und regennassem Eisen ein, den ihr der Fahrtwind um die Nase blies. Nicht zu kalt? fragte sie den Dicken. Der schüttelte den Kopf, säbelte eine Scheibe von der Schlackwurst, die aus einer Manschette aus fettigem Butterbrotpapier herausragte, spießte sie auf sein Taschenmesser und hielt sie Elli hin. Hier, essen Sie, Fräuleinchen, das Sie was auf der Rippen kreieren. Wenn alle Berliner so nett sind wie der da, platze ich glatt vor Glück, dachte Elli und steckte die Wurstscheibe in den Mund. Lecker. Na, dat will ik mein. Eierner Herstellung, verstehen Sie? Erklärte der Dicke mit unverkennbarem Stolz und stellte sich als Siegfried Jabosch, Landwirt und Fleischermeister Spandau vor. Angenehm. Elli Preißing. Elli deutete einen Knicks an und fragte sich zum x-ten Mal, ob sie diesen kindlichen Höflichkeitshopser in Berlin nicht einfach weglassen könnte. Menschenskind, Elli. In nicht mal einem Jahr bist du 21 und mündig. Kennen Sie Spandau? Der Dicke sah sie erwartungsvoll an. Nein, ich fahr nach Berlin. Wat heißt denn Berlin? Nee, nee, Mäherchen. Wir sind zwar eingemeindet. Leider muss ik sagen. Aber hier dranne. Er tippte sich mit seinem rosigen Zeigefinger auf die Brust. Hier dranne. Bleibt der Spandauer Spandauer. Müssen Sie sich unbedingt mal ankicken. Der Zitadelle und so. Wissen Sie, Spandau, det ist einfach ein herrliches Fleckchen Erde. Und wo sind Sie her, Fräuleinchen? Ich komme aus Blumenberg. Ganz kleines Dorf. Bei Gumbinnen. Elli zuckte entschuldigend die Achseln. Können Sie nicht kennen. Ostpreußen? Na klar, kenn ich. Die Augen ihres Gegenübers begann zu leuchten. Die hatten ja einen großen Stand auf der Rühne Woche, wa? Und wat den Ostpreußen ihre Jäule sind, da is ja einfach det Ende von weg. Oh je, dachte Elli, an den Dialekt muss man sich wirklich erst mal gewöhnen. Obwohl sie ganz offensichtlich nur die Hälfte des Gesagten verstand, war Ellys Reisebekanntschaft jetzt nicht mehr zu bremsen. Wie großartig die Idee sei, ab jetzt jährlich eine internationale Landwirtschaftsausstellung in Berlin auszurichten und wie sehr ihn die Ostpreußen, also wat denen ihre Jäule sind, wa? beeindruckt hätten. Nachdem Elli klar geworden war, dass es sich bei den Jäulen um Gäule oder besser gesagt Pferde handeln musste, konnte sie endlich auch etwas zur Konversation beitragen. Wissen Sie, ich bin ja sozusagen mit Pferden aufgewachsen, erklärte sie eifrig, bevor der Dicke ihr weiter von der überaus erfolgversprechenden Kreuzung von Berkshire-Ebern und Cornwall-Sauen vorschwärmen konnte. Kurz vor Rummelsburg hatte Elli immerhin etliches Wissenswerte über Spandau und die Spandauer erfahren, während der freundliche Fleischermeister um einige Details aus dem Leben ostpreußischer Pferdezüchter Reicher den Zug verließ, um in Spratz Hundekuchenfabrik über die Abnahme von Schlachtabfällen zu verhandeln. Als der Zug wieder Tempo aufnahm und sich der beißende Qualm von Siegfried Jabusch's Knasterpfeife verzogen hatte, schaute Elli mit klöpfendem Herzen auf die Uhr. Noch nicht mal mehr zwanzig Minuten bis Berlin. Ob Victor schon auf dem Perron steht? Berlin ist einfach Knorke, hatte ihr Bruder in seinem letzten Brief geschrieben. Obwohl Elli das Wort nicht kannte, war sie sicher, dass Knorke nur eine Mischung aus herrlich, wundervoll, großartig und ganz und gar einmalig bedeuten konnte. Zwar hatte Großmama Auguste alles daran gesetzt, ihre Enkelin gleich nach der Handelsschule mit einem heiratsfähigen Spross der benachbarten Gutsbesitzerfamilien zu verkuppeln, aber Elli hatte sich durchgesetzt. Zuerst mit ihrer Ausbildung und gleich danach damit, die Stelle bei Elias Rosenstern in der großen Hamburger Straße anzunehmen. Victor wird doch noch eine ganze Weile in Berlin studieren, da kann er doch auf mich aufpassen, führte Elli, wenn auch wieder besseres Wissen, ins Feld und nach einigem Hin und Her hatte Großmama Auguste ihren Plänen zugestimmt. Es hatte aufgehört zu regnen und Elli kam es vor, als warteten die Felder und Wiesen, die an ihrem Zugfenster vorbeizogen, genau wie sie selbst bereits sehnsüchtig auf die erste Frühlingssonne. Wie zum Trotz sandte die Lokomotive strahlend weiße Wolkenfahnen in den grauen Winterhimmel und während der Zug seinem Zielbahnhof entgegenratterte, dachte Elli an all die wunderbaren Dinge, die mit jedem Kilometer näher rückten. Riesenradfahren im Lunapark, Kaffee trinken bei Kranzler, ein Einkaufsbummel im KDW oder bei Goldstein und Lange, dem berühmten Modehaus am Hausfugteiplatz und abends Theater, Kino, Kabarett und Tanzvergnügen. Victor hatte ihr alles in den leuchtendsten Farben geschildert. Die Lok stieß einen theatralischen Heulton aus und nahm die letzte Weiche vor der Endstation. Schlesischer Bahnhof, alles aussteigen bitte! Der Schaffner hiefte Ellis Gepäck auf dem Bahnsteig und da stand sie nun. Das ist also Berlin? Der Lärm war ohrenbetäubend. Männer mit Schweißgeräten und riesigen Hämmern bearbeiteten die Stahlkonstruktion der Bahnhofshalle, Funken sprühten und ein ganzer Schilderwald leitete sämtliche ankommenden Fahrgäste zum Nordausgang. Der Weg zum Südausgang war wegen der Bauarbeiten gesperrt und so schoben und drängelten sich etwa doppelt so viele Menschen wie sonst zu den Treppen. Gott sei Dank war Victor nicht zu übersehen. Lang und schlagsig, die Studentenmütze Kess auf die roten Locken gedrückt, stand er unbeeindruckt von all der Hektik auf dem Bahnsteig und reckte den Hals, um seine kleine Schwester in der Menge auszumachen. »Victor, hier bin ich!« Elli winkte mit dem Regenschirm. »Ziemlich undamenhaft«, gestand sie sich ein, aber es wirkte. Sekunden später kam ihr Bruder auf sie zugestürmt, hob sie hoch und wirbelte sie wie ein kleines Mädchen im Kreis herum. »Hör auf«, japste Elli. »Victor, bitte! Das ist doch peinlich!« »Ach was! Peinlich gibt's nicht, Schwesterherz!« »Schließlich sind wir in Berlin!« Grinsend schulterte er Ellis Koffer und marschierte in Richtung Ausgang. »Kraft oder Pferdedroschke?« »Aber wieso?« »Großmama hat doch gesagt, man kann mit der elektrischen bis fast vor die Haustür fahren.« »Aber nicht vor unsere.« Auf der kleinen Geschäftsstraße, die an der Nordseite parallel zum Bahnhofsgebäude verlief, standen die Kutschen und Automobile dicht an dicht. Viktor winkte dem Fahrer eines blitzblanken neuen Opels. Der Chauffeur zog die Mütze, öffnete Elli mit einer kleinen Verbeugung den Wagenschlag und verstaute schwungvoll das Gepäck. »Gartenstraße 111«, sagte Viktor und lehnte sich behaglich in die Lederpolster. »Aber wir müssen doch zum Dönhoffplatz.« »Hat sich was mit Dönhoffplatz.« »Bei Henry ist ein Zimmer frei. Gleiche Etage direkt gegenüber. Ist doch viel praktischer.« »Wer ist denn Henry?« Elli ahnte Schreckliches. »Und was ist mit der Wohnung am Dönhoffplatz?« »Großmama hat sie doch extra für mich.« »Ist bestens untervermietet. Und bei Henry zahlst du nicht mal die Hälfte. Aber ich kann doch nicht mit einem Mann zusammen in einer Wohnung.« »Das Nasse da links ist die Spree«, unterbrach sie Viktor. »Und nach der nächsten Biegung fahren wir dann schnurstracks auf den Alexanderplatz zu.« »Lenk nicht ab.« »Also, diese Brücke hier heißt Michaelbrücke.« Auf den Pfeilern in rotem Backstein verewigt die Berulina und die Borussia. Und da vorne kommt die Janowitzbrücke, benannt nach ihrem Erbauer. Und ganz da hinten der Turm, das ist das Rote Rathaus. »Fremdenführer, wa?« Der Droschkenfahrer grinste. Viktor grinste zurück. »Stimmt, war ich auch mal.« »Victor, hör auf damit.« Elli gab sich trotz der aufsteigenden Panik Mühe, leise zu sprechen. »Was ist los?« »Wo fahren wir hin?« »Wirst du schon sehen.« »Und wird dir gefallen?« Er zog sich die Nickelbrille von der Nase, nahm die Studentenmütze vom Kopf und stopfte beides in die Manteltasche. »So, das wär dann auch erledigt,« seufzte er erleichtert. »Weißt du, ich hab unsere Großmama ja von Herzen gern. Aber ich bin heilfroh, dass sie es sich nicht doch noch in letzter Minute überlegt hat und mitgekommen ist.« »Aha, du brauchst also gar keine Brille,« stellte Elli trocken fest. Viktor zuckte die Achseln. »Sieht halt studentischer aus.« »Und die Mütze? Und das Kulörband?« »Hab ich mir heimlich bei einem Kumpel ausgeborgt. Bis der seinen Rausch ausgeschlafen hat, ist alles wieder an Ort und Stelle. Robert, heißt er. Robert Berghoff. Wohnt eine Treppe tiefer. Wird dir gefallen?« »Das heißt, du hast dein Zimmer im Verbindungshaus gekündigt?« »Genau. Da wohnen nur angehende Rechtsverdreher, stark steif und gähnend langweilig.« Elli schluckte. »Mit anderen Worten, du hast ein Studium.« Sie brauchte den Satz nicht zu vollenden, denn die Antwort lag auf der Hand. »Ein Tänzer«, beantwortete Viktor gleich die nächste unausgesprochene Frage. »Tanzschule Lemke. Steglitz. Großartiger Laden. Und das hier rechts ist das Polizeipräsidium.« »Ein Tänzer?« »Ist ja nur der Anfang. Ab nächste Woche übernehme ich die Charleston-Klasse. Wird übrigens Rote Burg genannt.« »Das Polizeipräsidium.« »Aha.« »Dann kann ich nur hoffen, dass du dir diesen riesigen roten Klinkerklotz nie von innen anschauen musst«, dachte Elli. Eine Zeit lang verlief die Fahrt in beiderseitigem Schweigen. Trotz allen Draufgängertums war Viktor Preising im Grunde seines Herzens ein hoffnungsloser Romantiker und durchaus sensibel genug, um nachzuvollziehen, dass Elli erst einmal ein paar Minuten Zeit brauchte, um die Neuigkeiten zu verarbeiten. Sie musterte ihn von der Seite. Zwischen ihr und dem hoch aufgeschossenen, sommersprossigen jungen Mann mit den ungewöhnlich großen, leicht abstehenden Ohren war beim besten Willen keine Familienähnlichkeit auszumachen. »Er kommt nach Papa. Der war auch keine Schönheit, aber Mama hat ihn regelrecht vergöttert. Und nicht nur Mama.« Elli selbst war gut einen Kopf kleiner als ihr zwei Jahre älterer Bruder und ihre lockigen, nussbraunen Haare waren ebenso wie die kleine, zierliche Nase eindeutig ein Vermächtnis der mütterlichen Linie. Einzig das ungewöhnlich dunkle Blau ihrer Augen war bei beiden Geschwistern gemeinsam. Für einen kurzen Moment kämpfte Elli mit den Tränen. »Papa. Gefahren 1915.« »Mama. Gestorben 1919.« »Man sagt, an gebrochenem Herzen.« »Wir sind die letzten Mohikaner, du und ich«, flüsterte sie. Sie nahm Viktors Hand und hielt sie in der ihren. »Keine Angst. Ich lass dich nicht im Stich, mein kleiner großer Bruder.« Dann fiel ihr die Sache mit der Wohnung wieder ein. »Aber zu diesem Kerl ziehe ich auf gar keinen Fall«, erklärte sie trotzig. »Was denn für ein Kerl?« »Na, dieser Henry.« Prompt bekam Viktor einen Lachanfall. »Henry.« 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 »Mit zweimal I.« »Nicht Jette oder Jätzchen und schon ja nicht Henriette«, »trompetete es durchs Treppenhaus.« Sekunden später flog Elli ein blond gelocktes Wesen um den Hals, verpasste ihr je einen dicken Schmatze auf beide Wangen, riss ihr die Reisetasche aus der Hand und stürmte wieder nach oben. Während Viktor eine Treppe tiefer unter Ellys restlichem Gepäck ächzte, zwitscherte die Blonde munter weiter. »Wird dir gefallen, Kleine, wirst du schon sehen. Cartier Latin, sagen die Leute hier zu unserem Kiez. Wie in Paris, wisst du?« »Die Ähnlichkeit mit dem Cartier Latin besteht wahrscheinlich lediglich darin, dass hier die Mieten billig sind«, dachte Elli, während ihr beinahe hörbar ein Stein vom Herzen fiel. Der gefürchtete Vermieter namens Henry war, »Gott sei Dank«, eine hübsche, quirlige Blondine in ihrem Alter.